Der kraftvolle 16-Ventilmotor, das sportliche Fahrwerk, der beruhigende Seitenaufprallschutz, der doppelte Airbag, die weitreichende 3 Jahre Garantie, die aufregende Probefahrt in Nissan Primera. So viel Komfort und Dynamik für 28.045 Mark. Er kann, sie kann, Nissan. Das Premium Pilsener mit dem Auerhahn. Hasseröder, der harzhaft frische Biergenuss. Startfrei für Protektor. So scharf, dass er hinter Gitter muss. Unübertroffen sicher. Absolut gründlich. Die Formel für Sicherheit und Gründlichkeit. Protektor von Wilkinson. Hey, was war das? Ich glaube, unser neues Auto. Hör auf zu drängeln. Soll was richtig Intelligentes sein. Sieht auch modern hier aus. Oh, jetzt geht's los. Vorsicht. Oh, oh, oh. Hast du was gesehen? Nö, ging zu schnell. Am 22.09. erfahren Sie mehr. Der Ford Galaxy, die clevere Alternative. Ford, die tun was. Warum geht Heißes oder Kaltes ihren Zähnen auf die Nerven? Liegen Zahnhälse frei, wird der Zahn schmerzempfindlich und es droht Zahnhalskaries. Sensodyne wirkt doppelt. Gegen Schmerzen und Zahnhalskaries. Sensodyne lässt Schmerzen und Karies abblitzen. Sag mal, warum spielst du mit Knut? Ich kann die Karten mehr. Würdest du mit jemandem spielen, der dauernd schummelt? Nee, natürlich nicht. Siehst du, Knut auch nicht. Prost. Flensburger Pilsener, erfrischend anders. Der Conti Aqua Contact im Härte-Test. Der erste mit Aqua-Kanal gegen Aqua-Planning. Conti Aqua Contact. Jetzt auch für die Kompaktklasse. Continental. Reifen. Neuester Stand. Was hat ein Hähnchen vom ATC-Sicherheitsfahrwerk? Ein wesentlich längeres Leben. Der Peugeot 306. Der Rivale. Die geheimste Nuklearwaffe des Pentagon wird entführt. Als ob ihn jemand gestohlen hätte. Und nur einer kann den Wahnsinn stoppen. Dafür bin ich ausgebildet. Steven Seagal in Alarmstufe Rot 2. Ab jetzt im Kino. Für mich kommt nur ein Auto in Frage. Das sicher ist. Viel Platz bietet. Einen großen Kofferraum hat. Das wirtschaftlich ist. Und dessen Qualität hält, was sie verspricht. Der Seat Toledo. Jetzt auch als TDI. Seat. Aus gutem Grund.